Yo, yo, grüezi miteinander und willkommen zu dieser Offline-Reaction. Ich war gerade auf YouTube unterwegs und habe das Video von Tim Jacken gesehen. Der schlimmste Influencer der Welt. Die Zerstörung von Jotta. Habe mich übel interessiert und habe direkt gedacht, komm, nimm mit die Reaction. Wir gehen rein. Ich bin wirklich gespannt. Let's go, baby. Ja, es ist leider wieder Zeit für so ein Video. Und damit herzlich willkommen zu der etwas anderen Folge meines Wochenformates. Heute gibt es keine News, keine Twitch-Fake-Clips, keine Abstimmung über den Clip der Woche. Keine Sorge, das kommt alles wieder im nächsten Video. Heute geht es um die Aufarbeitung des schlimmsten Influencers, den ich jemals gesehen habe. Es geht um Sexismus, Homophobie, Rassismus. Das Krankheitsverlangen, mit allem Geld zu verdienen, selbst wenn wir in Familienrand zerbrechen oder sogar Menschen sterben können. Es geht um Betrug, Steuerschulden, Hochstablerei, Fahndungen vom FBI, das Manipulieren von Zahlen und um systematisches Lügen. Eigentlich wollte ich niemals so ein Video hier machen, aber es muss mal wieder aufgeräumt werden. Heute geht es um den Fall Jotter. Holy shit, aber wenn das alles stimmt. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Ganze stimmt. Aber Digga. Dieses Video hier ist in fünf große Kapitel eingeteilt. Wer ist eigentlich Bastian Jotter? Von Fake-Firmen über Betrug bis hin zu Hochstablerei. Abwertende Aussagen gegenüber Frauen. Und holy shit, sowas habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Rassismus und Homophobie. Keine Moral bei Instagram-Placements und Werbung. Also ich habe ja im letzten Video schon gezeigt, wie er sich wahrscheinlich Likes und Fotos kauft, um sich halt irgendwie in der Relevanz zu halten. Das haben wir ja gesehen, auch bei dem Hydro-Hype-Video. Wo er einfach die Zahlen von Instagram einfach gefaked hat, Digga. Hat ihn einfach nicht interessiert. Einfach gefaked. Okay. Aber wie dreist er bei Instagram-Werbung lügt. Ey. Das wäre eigentlich schon wieder ein ganz anderes eigenes Video wert. Dazu geht es noch um menschengefährdende Profilgeilheit. Also wie dieser Mann einfach Menschenleben aufs Spiel setzt. Nur um ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Und zum Abschluss natürlich noch das Fazit. By the way, es gibt noch einen Haufen mehr Themen als die, die ich in diesem Video hier anspreche. Wie er zum Beispiel seine Freundin von dieser Frau innerhalb von zwei Jahren in diese Frau verwandelt hat. Was? Okay, Digga. Und selbst die Gründe, warum RTL und Sat.1 ihn dauerhaft von Shows ausschließen, sind so klein im Gegensatz zu anderen Themen, dass ich diese hier in diesem Video-Thema behandle. Dazu gibt es auch Aussagen, unter anderem von der Tierschutzorganisation PETA, wie Jutta mal einen Dacke gequält haben soll. Als Beweis gibt es halt auch ein Video dazu. Aber man kann halt nicht zu 100% sagen, dass Jutta das getan hat. Und deswegen möchte und kann ich ihn auch nicht dafür fronten, weil ich halt sauber und faktenbasiert arbeiten möchte. Alles, was ihr in diesem Video gesehen habt, ist mit Quellen belegt. Wir machen das hier ordentlich. Was aber nicht bedeutet, dass ihr keine kotzreizerregenden Sachen sehen werdet. Los geht's. Zuerst zeige ich euch aber, wer dieser Jutta überhaupt ist und wie er überhaupt zu Geld kam. Jutta oder mit bürgerlichen Jahren Bastian Gilmeier ist ein 44-jähriger Typ, der ein Scheinleben als Selfmade-Millionär in den USA führt. Er hat dann 2016 ein Potsleben aufgebaut und durch sein exzentrisches Verhalten auch dicke Aufmerksamkeit aufgezogen, sodass auch Tuff über ihn berichtet hat. Dort sind dann unter anderem Clips wie diese entstanden. Die Frage ist, wo geht's hin mit dem Roadtrip? Ich hab schon ein paar Ideen. Ich sag mal, der Demi ist ja erst mit einer Fernseite. Okay, Debbie? Du willst ihn heute, dass du alles aufschreibst? Ja, ihr habt richtig gesehen. Er spricht nicht selber mit seinen Angestellten, selbst wenn diese direkt neben ihm sitzen. Neben Tuff waren auch bei Formaten wie Adam sucht Eva, das Dschungelcamp oder auch zuletzt Homies unter Palmen mit dabei. Das Ding, was ich mir halt jetzt gerade so, der erste Gedanke, der mir so in den Sinn kommt, ist, ja, dieser Typ wird wahrscheinlich jetzt absolut unterste Schublade sein. Wirklich Absturz. Aber vielleicht spielt es diese Miota ja wirklich komplett in die Karten, wenn Tim jetzt so ein Video macht. Ich glaube, es ist trotzdem besser, das Ganze mal zu beleuchten, um zu sehen, was abgeht. Und ich glaube, es ist besser, Probleme anzusprechen, als sie nicht anzusprechen, damit sie weniger Aufmerksamkeit haben. Das Video hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Die Sender haben sich aber mittlerweile schon komplett von ihm distanziert und von zukünftigen Produktionen ausgeschlossen. Wie er 2016 dann zu Geld kam, wusste keiner so genau. Aber ich werde es euch zeigen, weil hier beginnt die Betrügerei schon. Jota lernte das Ehepaar Auto kennen und die hatten massig Geld. Auf jeden Fall erzählte Jota ihnen von einem doch so tollen Technik-Startup, was er besäße. Dieses Startup soll das ermöglichen, dass primär Rentner mit einer Alexa- oder Siri-ähnlichen KI die Social-Media-Welt mitbenutzen können. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie damals sein ach so gutes Präsentationsvideo seine künstliche Intelligenz erklärt. There are five photos from John on Facebook. Here's the first one. Show me the next one. And the next one. Aber sowas reicht natürlich nicht, damit dir jemand 1,6 Millionen Euro Darlehen gibt. Deswegen hat sich Jota einen Fake-Deal mit Vodafone ausgedacht, welcher seinem Unternehmen 139 Millionen US-Dollar beschert hätte. Dazu gab es noch einige Artikel, aber es gab nie einen Deal. Das hat er sich einfach ausgedacht. Aber das wusste das Ehepaar Auto nicht, die an Jota-Startup glaubten und haben ihm halt ein Darlehen von 1,6 Millionen Euro beschert. Jota hat sich aber, nachdem das Geld in der Firmenkasse war, direkt mal wieder nach L.A. aufgemacht und lebt seitdem dort als Self-Made-Millionär. Von seinem Startup hat man seitdem nichts mehr gehört. Aber das ist nicht das einzige Mal, dass Jota betrügt. Er gibt sich nicht mal Mühe, nicht als Betrüger oder Hochstapler rüberzukommen. Er gibt sogar Anleitungen zum Betrügen. Bei einer Masche von ihm hat er sich als Google-Spezialist ausgegeben und hat bei super vielen Primär-Kleinunternehmen angerufen, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Dabei hat er den Unternehmen zuerst Angst gemacht. Glückwunsch, die Kunden finden sie, aber ihr Datensatz ist nicht verifiziert. Das erste Fragezeichen, was aufruft ist, wie verifiziere ich das denn? Das ist ganz einfach, wenn es nicht verifiziert ist, besteht die Gefahr, dass es sehr bald aus dem Google-Search-Engine rausgeschmissen wird. Und dann netterweise angeboten, dass er deren Unternehmen für 150 Dollar verifiziert. Natürlich könnt ihr es auch selbst verifizieren, glaube mir. Im persönlichen Research und auch mein Student in Österreich. Wir haben richtig, richtig Kohle damit gemacht. Cool, cool, cool. Mein persönlicher Student in Österreich. Hä? Cool, cool, cool. Aber damit hört es noch nicht auf, denn Jotta behauptet auch, er hätte so einiges studiert. Er behauptet nämlich, dass er Diplom-Betriebswissenschaftler und Diplom-Sportwissenschaftler wäre und dass er Jura studiert hätte. Und naja, das stimmt nicht so ganz. Jotta, du hast eine Fortbildung an der BSA besucht. Das ist eine Fortbildung. Kein fucking Studium. Ein Abschluss in Sportwissenschaften kann Herr Jotta bei uns nicht gemacht haben. Den bieten wir gar nicht an. Chillig? Bei uns werden Weiterbildungen angeboten. Das war kein Studium und schon gar kein wissenschaftliches. Und für deinem BWL-Diplom? Jotta, du warst an der VWA. Dort kann man Fortbildungen besuchen. Aber weißt du, was man dort nicht machen kann? Ein Diplomabschluss. Den bietet die Akademie gar nicht an. Beziehungsweise die Akademie bietet gar keine akademischen Abschlüsse an. Und wo du plötzlich Jura studiert haben sollst, das weiß bis heute auch irgendwie keiner. Also auch hier sehen wir mal wieder Hochstaplerei vom Feinsten. Er gibt sich als jemand aus, der er nicht ist. Aber das werden wir dieses Video noch ein paar Mal sehen. Jetzt habt ihr ungefähr einen Einblick, wer Jotta so ist. Das sollte by the way noch alles kein Front an Jungen sein, sondern lediglich zeigen, um welche Art von Mensch es sich bei ihm handelt. Im nächsten Part geht es nämlich jetzt richtig los. Und Triggerwarnung? Es wird unfassbar frauenverachtend und widerlich. Jotta hat ein Programm. Aber die Videos, man sieht, dass Tim früher der Cutter von Rezo war. Welches sich Kingmaker nennt. Dort geht es darum, wie man sich als King verhält. Willkommen zum Kingmaker-Kurs. Er nennt es King. Ich würde es eher toxischen, pubertierenden Jungen ohne Selbstwertgefühl nennen. Aber naja, ist Definitionssache vielleicht. Auf jeden Fall geht es dort auch um den Umgang mit Frauen. Und dort entschirren solche Storys. Ich habe nie Alkohol getrunken. Meine Kumpels haben mich früher, wo ich so 18, 19 war, immer ausgelacht. Aber ich war der Typ, der ihre Freundinnen nach Hause gefahren hat. Und glaube mir, die hatten was getrunken. Ich sage, hey, ich begleite dich noch rein. Ich möchte nur sicherstellen, dass du die Treppen hochkommst. Hey, hey, komm, komm, leg dich hier hin. Oh ja, hey. Oh yeah, warte, ich, warte, ich hilf dir mit der Hose. Das geht. Ich meine, ich mache das schon. Hey, ich bin einfach... Hallo. Wie kann man so sein? Wie kann man einer Frau, die dann offensichtlich wahrscheinlich nicht mehr Herr ihrer Sinne ist, einfach sowas machen und dann noch so stolz dort stehen vor seinen eigenen fucking Bildern und solche Scheiße labern? Hallo. Wahre Geschichte. Jack Pot. What the fuck, das kann nicht sein Ernst sein. Er gibt also in seinem Programm den Ratschlag, in Clubs nichts zu trinken, damit du die Freundinnen von Kumpels nach Hause fahren kannst, um sie anschließend zu bangen? Richtiger Ehre, Mann, Digga. Aber das ist fast noch die harmloseste seiner Aussagen in seinem Programm. Jotter erklärt auch, wie du selbstsicherer und vorbereiteter wirst, sollte dir deinen Traumvorbilden weglaufen. Aber die Art und Weise, Alter. Such dir B-Wahre raus, nicht die Model-Superstars. Übe mit Übungsfleisch. Übe mit der Durchschnittsfrau. Mir kommt die Kotze hoch. Ja, wer kenne sich, die Durchschnittsfrau, was auch immer die durchschnittliche Frau sein soll. Von solchen Aussagen könnte ich wirklich kotzen, dass so ein Mensch dann mit dieser Kacke auch noch Geld verdient hat. Wahrscheinlich sagt er von sich, dass er viel mehr damit verdient hat, als er wirklich damit verdient hat. Aber trotzdem, abstoßend, abstoßen so ein Typ. Als B-Wahre oder Übungsfleisch bezeichnen. Natürlich. Fang mit der niedrigen Ware an, vergeuge sie. Ey, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jutta redet natürlich nicht nur über das Frauenkennenlernen, sondern auch, wie du dich beim Bimsen verhalten sollst. Dann ist es mir scheißegal, ob die Frau kommt oder nicht. Wenn die nicht kommen, dann ist es ihr Problem. Mädchen, warst du zu langsam. Dann war ich nicht zu schnell, dann warst du einfach zu langsam. Digga. Also ich kann von mir sagen, dass es liegt natürlich, wenn zwei Leute miteinander Geschlechtsverkehr haben, liegt es immer daran, dass beide, wenn ich das beide, das machen, worauf sie Lust haben, beziehungsweise beide miteinander reden, kommunizieren und dann man das macht in Einvernahme von dem, was der andere macht. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war, aber scheiß drauf. Ist es mir ein Anliegen, bei meiner Freundin einfach immer das Beste zu machen? Das ist auch eine Form des Respektes und zeigt, ist auch für dich so ein Ausdruck der Liebe. Jeder kann das sehen, wie er will. Jeder kann es machen, wie er will. Aber jemanden so zu behandeln und dann zu sagen, ist mir scheißegal und so weiter und so fort, abschauen der Typ bis jetzt. Es tut mir wirklich leid, muss ich so ein Wort sagen, aber bis jetzt kannst du dich anders sagen. Ey, das habe ich mir mit 15 auch gesagt. Aber mittlerweile habe ich durch eine kleine Feldstudie herausgefunden, dass man Frauen innerhalb von 19 Sekunden eher weniger zum Orgasmus bringt. Gib Gas! Und wenn du noch 20 Sekunden absprichst und... Okay, sorry, du hältst sogar 20 Sekunden durch. Und sagt sie auch dich? Ja, Mädchen, ist dein Problem, wenn du nicht schneller bist. Ey, ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Sixten sagt ganz kurz, wie die das sehen. Danke, Juju, aber haltet eure Kotz einmal bereit, denn jetzt wird es richtig widerlich. Ich packe euch jetzt hier mit dem einen oder anderen Ausschnitt seines Kingmaker-Programms rein. Und ganz ehrlich, ich weiß bei diesen ganzen Sachen nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde eine Frau drei Öffnungen und wir Männer haben das Recht, alle drei zu benutzen. Kleine Schlampe, ist das, was du verdienst. Also ich finde ganz ehrlich, eine Frau hat sich den Arsch zu ficken, zu lassen. Ey, mir kommt so, hat die Kotze hoch, ne? Aber was ich mir aber gerade frage, ist, das sind alles Aufnahmen, die Jotta freiwillig ins Internet gestellt hat. Also bewusst, weil er dachte, das ist gut so, das ist richtig so. Wie redet dieser Mann dann bitte, wenn die Kamera aus ist? Wie redet dieser Mann dann bitte hinter verschlossenen Türen? Und wie ist er dann mit seiner Freundin? Wie ist er in der Beziehung? Wie ist er mit seinen Eltern? Mit seiner Familie? Es ist Horror. Naja, vielleicht ein paar ähnliche Dinge zu dem, was wir jetzt sehen werden. Wir kommen nun zu skrupellosen Rassismus und ekelhafters da Homophobie. Jotta, Regel Nummer 1 vom Showgeschäft eigentlich. Wenn du bekannt sein möchtest, dann achte drauf, dass bei rassistischen Jokes keine Kamera im Raum ist. Oder, wie im vorigen Fall, im Garten. Der nächste Part ist nämlich, dass Jotta sich darüber abfuckt, dass seine neuen Nachbarn aus der Türkei stammen. Er steht mit ein paar Kumpels am Lagerfeuer und dort ist diese Handyaufnahme entstanden. Ich glaube, dass ein Türke noch dünner stinkt, wenn er brennt. Okay, okay, okay. Die Qualität ist mir gut, du könntest sagen, das ist nicht deine Stimme und du distanzierst dich davon. Aber Jotta, schade, dass mir dieser tolle Joke noch aus einer anderen Perspektive vorliegt, wo man ganz eventuell dein Gesicht sogar erkennen kann. Glaubst du, dass ein Türkei noch dünner stinkt, wenn er brennt? Das Ding ist, ja, das ist schon eine ganze Weile her. Und Jokes in einem freundschaftlichen Rahmen, wo jeder versteht, wie er gemeint ist, sind nochmal ein bisschen anders aufzufassen. Bin ich voll und ganz bei euch. Ich würde euch diese Aufnahme auch nicht zeigen, wenn sich Jotta im Thema Rassismus oder Homophobie bis heute geändert hätte. Hat er aber leider nicht. Ich zeige euch jetzt unkommentiert ein paar Clips und ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Seid ihr deutsch oder was? Scheiß Mexikans. Aber ihr schließt dann einfach mal die Grenzen. Was macht die Merkel? Flüchtlinge, kommt rein. Wir haben Platz. Wir müssen ja hier alle korrekt sein. Kommt rein, wir haben Platz. Kommt rein, komm rein, komm rein. Kommt alle rein. Kommt alle rein. Mit ihrer beschissenen Scheißpolitik. Unglaublich, was im Deutschen abgeht. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Für alle Schwuchteln. Jeder, der so rumläuft, ist eine Schwuchtel. Der ist eine devote Arschnutte. I'm not a racist at all, please. Ja, nice. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie sich auch nur irgendein Homosexueller oder Ausländer bei diesen Clips offenbar fühlen könnte. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber eine Sache muss ich gerade ansprechen. Ausgerechnet du beschwerst dich darüber, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Bist du nicht selber Wirtschaftsflüchtling? Weil, was ihr nicht wisst, ausgewandert in die USA. Chillig, Digga. Wirklich ein absoluter Five-Header-Typ. Der Baby Jotter sollte besser nicht mehr nach Deutschland kommen, weil Jotter hat die 688.000 Euro Steuerschulden. Das ging mit den Steuerschulden sogar so weit, dass das FBI nach ihnen gefahndet hat. Aber sich darüber beschweren, dass Menschen, die ihr Haus, ihre Familie oder teils ihre komplette Heimat verloren haben, ein sicheres Zuhause suchen. Stark. Ich will mich mit dem Thema aber auch gar nicht zu lange aufhalten, weil meiner Meinung nach die ganzen Clips für sich sprechen. So, inhaltlich sind wir jetzt bei der Halbzeit. Aber Freund, ich verspreche euch, es scheppert gleich nochmal anders ordentlich. Jotter macht halt auch Werbung auf Instagram. Wir hatten 99% aller Menschen, die mehr als 100k Follower haben. Aber auch hier schafft es Jotter mal wieder, so hart zu verkacken. Also seine Glaubwürdigkeit hat dieser Mann ja eh schon verloren. Aber wie dieser Junge im folgenden Fall wieder lügt, ey, es ist so dreist. Jotter hat Werbung für SmileSecret und für BleachMe gemacht. Kann der von mir so machen. Aber achte mal drauf, was Jotter... Die Leute, die Werbung so für Zahnbleaching machen, das sind immer ein bisschen die weirden Leute. Jotter bei der Werbung für BleachMe jetzt sagt... Seit Mitte April testen wir BleachMe und ich kann euch sagen, das funktioniert. Da habe ich jetzt über zwei Monate Erfahrungswerte... Also Jotter sagt ja, dass er zwei Monate Research gemacht hat. Cool. Finde ich stark. Finde ich gut, dass du erst testest und dann dafür Werbung machst. Da bist du Anissa, Leo Maché und wahrscheinlich noch vielen, vielen anderen. Ja. Sogar einen dicken Schritt voraus. Sehr gut, ja. Aber dann habe ich eine Frage an dich, Herr Jotter. Warum sagst du, nachdem SmileSecret und BleachMe in der öffentlichen Show geroasted worden sind, dann folgendes? Ebenfalls Mia Kulpa, ich habe für diese Scheiße auch Werbung gemacht, habe ich mich zu wenig gekundigt. Habe ich vor einem Jahr auch noch die Dollarzeichen in den Augen gehabt und denke mir, ja, ist doch gut. Habe ich mir die Beschreibung durchgelesen, anstatt Research zu machen. Hm. Also doch kein Research betrieben und nur die Beschreibung gelesen und nicht getestet? Cool, 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 cool. Dazu macht er auch Werbung für Online-Casinos. Erstmal ja, ist auch ein Shit-Move, sowas zu bewerben, an dem schon so viele Menschen und auch Familien drin kaputt gegangen sind. Maybe spalten sich bei ein paar von euch jetzt hier die Meinungen, aber ich persönlich finde, dass es verboten werden sollte, sowas zu bewerben, aber... Warte mal was. Es ist verboten, das zu bewerben? Es wurde deswegen sogar schon Strafanzeige gegen ihn gestellt und er macht dennoch weiter? Ah, natürlich, Digga, cool. Ich mache mich ja mit ein paar Jokes hier auch über den Jungen lustig so, ne? Aber das folgende, was ihr jetzt gleich sehen werdet, Poli, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe schon viel Menschen verachten und Scheiß gesehen. Aber das, was jetzt kommt, sprengt wirklich nochmal alles. Immer diese Übergänge, immer so ein Satz, so, das, was jetzt kommt, das ist aber ganz anders. Das schiebt aber ganz anders. Jota meinte per Instagram-Story, er hätte ein Wundermittel gegen Corona entdeckt. Und das im April 2020. Einen Anti-Corona habe ich gefunden, etwas, was gegen eine Infektion helfen soll oder das Risiko reduziert. Das möchte ich double checken. Wenn dem so ist, werde ich das posten. Das ist natürlich absoluter Bullshit, aber wie er den Shit verkaufen möchte, ist ekelhaft hoch 10. Und mehr als 100.000 Menschen haben über den Weltall von Covid-19 getötet. Und mehr als 100.000 Menschen haben über den Weltalltag von Covid-19 getötet. Ich glaube, mit deiner Sportweiterbildung hast du sicher die Kompetenz, so ein Produkt rauszubringen. Ich finde aber auch den Schutz von innen heraus sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt kein Collaboration-Deal. Es gibt auch keinen Code. Ich habe einen Hersteller gefunden, der einen Schutz von innen heraus anbietet, durch die Stärkung des Immunsystems. Macht auf mich persönlich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe eines für mich bestellt und ich habe ebenfalls 100 Flaschen für die Homeless bestellt. Okay, ja, er spielt mit der Angst der Leute, aber laut eigenen Aussagen hat er gar keinen eigenen Nutzen davon, wenn man sich das kauft. Plus er zeigt ja auch, dass er für 2.000 Dollar für seine Homeless People in L.A. auch Flaschen gekauft hat. Ja, lol. Wenn man auf die Seite geht, sieht man, dass das Ganze wie eine Standard-Supplement-Seite aussieht, für Fitness-Enders eben. Aber wenn man mal ins Impressum geht, wer so hinter der Seite steckt, dann sieht man da den lieben Jotter. Zuerst dachte ich halt, okay, ist halt ein profikaler Typ, der mal wieder seine Follower angelogen hat. Kennen wir ja. Aber je mehr ich über das Thema nachgedacht habe, desto mehr fing ich an, innerlich zu kotzen. Jotter verkauft ihr ein angebliches Wundermittel. Er behauptet in seiner Story, dass es sich zu 90% vor einer Ansteckung schützt. Das ist ca. derselbe Schutz, den die besten Impfstoffe, die je entwickelt worden sind, anbieten. Mit dem man sich wirklich sicherer fühlen kann. Jetzt stellen wir uns mal vor, eine Familie glaubt ihm und kauft das. Sie fühlen sich sicher. Damals gab es ja noch keine Maskenpflicht und so. Sie bewegen sich frei, ziehen Ihnen die Maske an, treffen Freunde und Familie. Weil sie halt im Glauben sind, sich ausreichend zu schützen. Und dann stecken sie sich an. Und vielleicht ist bei der Familie auch eine ältere und schwächere Person mit dabei, die dir vertraut hat und im Glauben war sicher zu sein und sich dennoch angesteckt hat. Und maybe hat die ältere Person einen schweren Verlauf und stirbt an Corona. Dann geht der Tod zu 100% auf deine Kappe. Du bist so profitgeil, dass du nicht einmal davor zurückschreckst, dass deinetwegen jemand sterben könnte. Hauptsache, dass Geld stimmt. Ey, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus, Betrug, Steuerschulden, Hochstablerei, Punkt, Punkt, Punkt. Die List ist endlos, ihr habt es gerade gesehen. Alle Sachen, die man irgendwie mit viel Zeit und viel, viel Verständnis der Gesellschaft irgendwann, irgendwie vielleicht wieder gerade biegen könnte. Aber dieses menschenfeindliche Verhalten, dass du für Geld sogar über Leichen gehen würdest, dafür habe ich wirklich keine Worte mehr. Gut, ich finde alles, ich fand jetzt alles auf einer ähnlichen Skala von... Wahrscheinlich ist er einfach so ein Mensch und hat wirklich keine Angst oder nimmt wirklich null Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Warum habe ich dieses Video hier jetzt gemacht? Eigentlich wollte ich nur zeigen, dass dieser Jotter sehr wahrscheinlich seine Social-Media-Statistiken fälscht, aber das habe ich ja im letzten Video schon bewiesen. Das Problem war aber, dass ich bei der Recherche noch so viel Extra-Stuff gefunden habe, was ich nicht einfach so stehen lassen konnte. Das hier ist ja eigentlich ein wöchentliches Comedy-News-Format, wo ich euch halt humoristisch zeige, was in der Social-Media-Welt so abgeht. Wenn dann aber ein Jotter, der halt auch Teil der Social-Media-Szene ist, sowas alles macht, dann kann und will ich euch das nicht vorenthalten. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass Jotter sich ändert. Aber maybe sorgt es dafür, dass es in Zukunft weniger Leute gibt, die auch nur ansatzweise versuchen, ihr Community so zu belügen und ihre Mitmenschen teilweise so minderwertig zu behandeln. Und Jotter, ich weiß, dass du das hier sehen wirst. Die können zur Liste mit gefühlt 8 Milliarden Dingen aufzählen, die du verändern sollst. Aber Jotter, wenn du wirklich was verändern möchtest, dann fang doch mal an, die ganzen Schäden zu begleichen, die durch dich entstanden sind. Aber ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass du dich verbessern möchtest. Ich glaube eher nach dem Video hier kommen ganz anders wehle Instagram-Stories bei dir hier über das Thema. Aber Jotter, hättest du nicht Bock, mich und tausende andere Menschen eines Besseren zu belehren? Hättest du nicht Bock, dass Leute anfangen, dich zu mögen und nicht nur deine Story gucken, weil sie Fremdshampoo ist, sondern weil du vielleicht auch mal was Cooles machst? Nö. So eine Idee. Und jetzt noch einen Appell an alle Zuschauer. Lasst euch nicht blenden, lasst euch nicht triggern und geht vor allem nicht auf seine Provokationen ein. Aber ignoriert den auch nicht komplett und weist auf Mischchen hin. und lasst kotzreizerregende Sachen nicht einfach so im Raum stehen. Aber bleibt auch gleichzeitig respektvoll und vor allem nicht beleidigend. Ich weiß, bei so verachtenden Sachen, die man gerade gesehen hat, kann das wirklich schwer sein. Aber wir müssen uns auf so ein Niveau nicht herablassen. Falls ihr nach diesem Video bei The Way noch Bock habt, mehr über Jotter rauszufinden, dann kann ich euch sehr den Instagram-Account jotterhunter3 empfehlen. Er hat mir wirklich super, super viel bei der Recherche geholfen. Fettes Danke bei The Way an ihn. Seine Arbeit ist wirklich insane. Schaut da gerne vorbei. Dazu wundert euch nicht. Ich will keineswegs zu einem Zerstörungs-YouTuber oder sowas hier auf diesem Kanal werden. Für mich ist die Jotter-Sache hier auf dem Kanal jetzt abgehakt. Und ab nächster Woche wird es hier wieder mal eine Wochenshow mit einer Menge Twitch-Clips, News und auch Comedy geben. Freut euch, ich habe da vielleicht schon ein bisschen was im Petto. Und falls ihr Bock habt, das zu sehen, dann abonniert hier gerne rein, dann verpasst ihr es nicht. Wir sehen uns hier dann Sonntag in einer Woche wieder oder in der Zwischenzeit auf meinem Instagram-Kanal oder so. Nice, 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 nice. Ich bin raus. Tim, wirklich sehr, sehr nices Video. Und ich habe auch schon damals bei der Minecraft-Zeit Tim ab und zu verfolgt. Beziehungsweise hatte er damals, glaube ich, ähnlich viele Abonnenten wie ich. Ich bin ja auch schon Ewigkeiten mit dabei. Gute Recherchen, richtig nices Video. Gute Recherchen, richtig nices Video.